Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen hier heute Spore. Ich bin euer Tepsi und wir fangen hier mal als Flashfresser an. Thema ist, weiß ich nicht. Machen wir mal auf normal. Unseren Planeten nennen wir einfach mal Warte, mach mal mal hier. Typhon. Klingt ganz cool. Jetzt startet hier gleich unser Abenteuer. Boooom. Na Junge, was für ne Explosion, ey. Da schlüpft gleich unser neues Wesen raus. Das ist wie ein Blut rünstig soll. Ey. Unser kleines Wesen hier. Wie gesagt, jetzt müssen wir hier erstmal, wir schwimmen sozusagen gerade in der Ursuppe und müssen hier erstmal die ganzen Fleischstückchen und anderen Viecher fressen. So, als Pflanzenfresser hat man es hier eigentlich leichter, weil man hier eigentlich überall Pflanzenreste sieht. Weil wir wollen es ja nicht leichter haben, wir wollen es ja schwieriger haben. Ja, du rennst besser weg. Das ist nämlich meine Beute. Ja, und das Ziel ist es hier halt, sich erstmal hier durchzufressen, bis man endlich sich erweitert. Und wir zeigen hier einmal keine Gnade. Das ist mein Fressen. Äh. Oh, jetzt sind wir schon einiges größer geworden. Jetzt können wir die kleinen Fische erstmal fressen. Und mehr Fleisch für uns. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist zum Beispiel hier im Hintergrund sind diese riesigen Viecher schon. Irgendwann werden wir auch so groß. Nur am Anfang fängt man halt so ein Mikro klein an und muss halt mit seiner Spezies hier sich durchboxen. Jum, 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 jum. Hm. Bleib still. Das ist eine ganze Horde von denen, ey. Wollen wir uns noch mehr? Geht hier richtig Blut rundsicht durch, ey. Einfach rum num 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 num. Und noch mehr. wir müssen uns ja wir paaren uns erstmal mit unseren artgenossen so können wir dann halt eine neue hier was neues erstellen nein nein lass mich dahin lass mich dahin jetzt stellt uns erst mal keiner hier und wir sind jetzt in der erstellung editor was auch immer hier erstmal machen ist was passiert wohl wenn ich die dinge größer mache ich hätten ein auge hier ziehen wir erst mal eine düse hier hin unser komisches viech was auch immer es ist wenn wir ihn einfach mal urug keine ahnung was da ist nennen wir ihn einfach urug urug hat schon seine ersten beurte gefunden hier gnadenlos ein fleisch das hilft ja auch nicht weiter ich hole dich die dinger schnell und denn so behindern sich alle gegenseitig ein gift möchte ich jetzt nicht stehen 10 immer so eine gift spüren dass ich hier haben wir irgendwo noch leichte beute ich bin schneller ich hab nein auge haut ab hey was zur hölle die sind ja alle so schnell das ist ein problem so meine beute kommst du mit durch holen wir uns erstmal hier dieses riesige viech wir haben jetzt den strohhalm freigeschaltet Junge bist du schnell ey dann zeigen wir hier erstmal wieder ein neues getrennt was auch immer hier rauskommt 25 macht das Sinn macht das Sinn ich glaube ja nicht aber wir tun es trotzdem ey Uru kriegt einen neuen Sauger können nämlich jetzt die leute wie strohhalm aussaugen das ist so weh leider können wir sie nicht mehr fressen können wir jetzt eigentlich beides fressen ja kann man gut und wir saugen uns hier voll mit sachen ne Junge da kriegt er gar nicht mehr genug alter voller junkie unser kleines viecher ist ein junkie oh god oh no 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 ja das war unser letztes mal ja sauber wir saugen dich aus na wo ist unser wo ist denn unser partner da ist unser partner unsere artgenossen sind irgendwie immer größer als wir komisch hier packen wir mal hier noch machen wir mal ein kreuz raus unser kreuz fisch oh god ey das ding ist unser kleines viecher schon mal fertig können wir hier gleich wieder ordentlich zuschlagen wir haben nämlich keinen bock auf pflanzen wir wollen nur fleisch haben jam 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 hallo artgenosse es stört mich ne gar nicht jam 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 ja was habt die da gefunden alter einfach mal was futter geklaut nein nein er sackt mich aus er sackt mich aus vielen dank artgenosse und mehr fleisch für uns und mehr fleisch für uns wir versuchen uns wirklich mit einem anzulegen es hat sogar geklappt wir müssen nur mit genug leuten ankommen und schon habt ihr ihn da du kommst sonst ist hier nicht weg oh oh wuhu glück bei uns bis auf den besten wege zu einem bewusstsein so das war zumindest die erste folge wir machen hier erstmal einen cut wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder schreibt ruhig in die kommentare was ihr von der serie haltet oder welchen namen ihr der kreator noch geben wollt wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder haut rein wir sehen uns dann wir sehen uns dann